Das Weidenfest in Drösing ist ein Höhepunkt der regionalen, traditionellen Veranstaltungen in der vorösterlichen Zeit. Dieses Fest wird alle zwei Jahre am Palmsonntagswochenende gefeiert und die ganze Gemeinde Drösing ist Veranstaltungsort. An zahlreichen Ständen bieten slowakische und österreichische Künstler handwerkliche Kleinkunst an. Die lokalen Vereine präsentieren sich ebenso wie die Feuerwehrjugend. Spiel und Spaß für Kinder. Unter Anleitung können sie beim Malen, Basteln und Flechten ihre Kreativität ausleben. Untertitelung. BR 2018 Vor Jung und Alt gibt es geführte Naturfahrten zu den Kopfweiden. Abendveranstaltungen am Samstag und Frühschoppen am Sonntag im Festzelt runden das Programm ab. Bei wunderschönem Wetter waren viele Besucher begeistert in Drösing unterwegs.